Versorgungssicherheit ist besonders in Krisenzeiten wichtig und aus diesem Grund sind nicht nur die Trupps in den Außenstellen der Salzburger AG gefragt, sondern auch der Einkauf und das Logistikcenter der Salzburger AG. Der Bereich agiert als interner Dienstleister und stellt mit seinem Fuhrpark sicher, dass die notwendigen Waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Im Logistikzentrum der Salzburger AG und in den Außenlagen sind alle wichtigen Materialien gelagert, um die Instandhaltung bei den Anlagen der Salzburger AG sicherzustellen und auch um den Breitbandausbau entsprechend vorantreiben zu können. Und der ist besonders zu Homeoffice-Zeiten besonders wichtig. Hier im Logistikzentrum in der Breitenfelder Straße werden die Waren auf über 10.700 Quadratmeter Lagerfläche gelagert. Das Lager besteht aus vier Shuttles, einem Hochregal und einem Freilager. Mehr als 8.000 Artikeln werden hier disponiert, bestellt und aufbewahrt und weil wir gerade auch das Internet angesprochen haben, auch die Modems für das Homeoffice werden hier gelagert. Und davon gibt es jede Menge. Wie sich die Corona-Krise abgezeichnet hat, wurden die Lagerbestände an Modems nochmal erhöht. Wir sind derzeit durch die verstärkten Homeoffice-Tätigkeiten auch eine verstärkte Nachfrage an Modems. Wir sind aktuell bestens gerüstet, um dieser Nachfrage nachkommen zu können. Der Bereich Einkauf und Logistik ist als zentrale Schnittstelle im ständigen Kontakt mit den Lieferanten und den Vertriebskollegen. So ist die Versorgungssicherheit für die Kunden stets gewährleistet. Die Modems werden übrigens bei einem österreichischen Lieferanten bestellt, aber jetzt zurück ins Logistikzentrum der Salzburger G. Das ist jetzt unser Wareneingang. Hier wird der Lieferschein kontrolliert, ob die Ware von der Stückzahl her passt, ob alles in Ordnung ist und anschließend geht es ins Vorgang. Das ist jetzt unser Shuttle. Hier werden kleinere Mengen zwischengelagert, die dann anschließend mit der Post zum Kunden gehen. Ist das Modem dann bei Ihnen angekommen, steht dem Surfvergnügen nichts mehr im Weg ein. Alle Informationen zur Bestellung und zu unseren Internetprodukten finden Sie übrigens auch auf unserer Website.